Über 1000 Kinder besuchen jedes Jahr 1 von 20 Adonia Junior Musical Camps. Diese finden im Sommer und Herbst in der ganzen Schweiz statt. Die Kinder zwischen 9 und 13 Jahren kommen am Sonntag für eine Woche in ein Gruppenhaus. Zusammen wird ein cooles Musical einstudiert. Es wird viel gesungen. Und jedes Kind darf einen speziellen Workshop machen. Tanzen, Barscheln, Theater, Gebärdechoreo oder ein Solo-Workshop. Es gibt auch viel Spiel und Bewegung in diesem Camp und es macht einfach Spass, mit den anderen Kindern zusammenzuziehen. Und natürlich wird auch für feines Essen geschaut. In der Kleingruppe entdeckst du zusammen mit den anderen Kindern im gleichen Alter die Bibel entdecken, Spiele machen und Geschichten hören. Am Freitag geht's los mit dem Highlight des Camps. Die reisen mit dem Car ans erste Konzert und führen dort das Musical auf. Und am Samstag gibt's dir noch ein zweites Konzert. Alle Kinder ab 9 Uhr können bei diesem coolen Musical-Projekt mitmachen. Das darfst du also nicht verpassen. Meld dich noch heute an und bis dabei! Anmeldungen und weitere Infos findest du auf adonia.ch-junior. Wir freuen uns auf dich! Tschüss und bis bald im Adonia Junior Camp! Verdammtных 6 6 25 Vielen Dank.